Hallo Leute, wir haben heute den 19.12. um 10 Uhr? Ne, im Moment 10 Uhr, oder? Ich guck mal ganz kurz. Ne, es ist 9 Uhr, meine fucking PC-Uhr hat sich wieder grundlos vorgestellt. Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich, äh, ja, spiele gerade Persona PSP, ähm, im Livestream. Also jetzt nicht in dem Moment, sondern momentan zur Zeit auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und, ähm, privat für mich spiele ich Rayman Legends, mache da 100% und das, äh, ja, das baut mich irgendwie auf, ja, so an meine Grenzen zu gehen und, und das Spiel, ähm, mich vom Spiel ans Limit treiben zu lassen. Und, ja, ähm, aus unbekannten spontanen Gründen oder beziehungsweise vielleicht deswegen dachte ich mir, hey, machen wir nochmal so ein kleines Weihnachtsvideo, ne? Und bieten ein, äh, ja, quasi Weihnachts-Let's Play an, ja? Ich hab ja vor, vor zwei, drei Wochen, Anfang des Dezember, hab ich euch ja etwas hart rangenommen. Und danach gab es dann doch tatsächlich ein paar Leute von euch, die, ähm, mich, äh, rein zufällig etwas geschaut, unterstützt haben, beziehungsweise es genau deswegen getan haben. Also, da gab es dann, äh, ein paar Kommentare, ein paar Likes, der eine oder andere, äh, hat sogar Thumbnails für mich gemacht, was ich auch sehr, sehr geil fand. Und, äh, hey, äh, da dachte ich mir einfach nochmal, ähm, jo, probieren wir das Ganze nochmal, ähm, ne, ehrlich gesagt war das ja auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass der eine oder andere sich vielleicht wirklich Gedanken macht. Also, das, was ich gesagt habe, zählt natürlich noch eine, ich sag nur Tekken 2 und Tekken 3 Let's Play, die, ähm, die dann, sag ich mal so, ähm, in circa drei, vier Wochen anfangen. Also, das, das, die Sache ist noch nicht vom Tisch, aber ich sehe, dass zwei, drei Leute von euch da draußen tatsächlich Bock haben, sich das tatsächlich zu Herzen genommen haben und dementsprechend wollte ich einfach mal so ein, ja, so ein, so ein Let's Play anbieten, so ein interaktives Let's Play, was ich nicht vordrehe, was ich dann mit euch über, ähm, die Weihnachtszeit über dann Let's Play, ähm, der, die, ihr wisst, was ich meine. Es muss auch nicht unbedingt YouTube bezogen sein, also es wäre mir lieb, aber es kann auch im Livestream passieren, aber dadurch, dass, das eben halt vielleicht nicht jeder kann, dachte ich mir, nehmen wir mal die YouTube Variante, ähm, ich rede schon wieder zu lang, glaube ich. Und zwar, äh, möchte ich, dass ihr mir, äh, Spiele runterschreibt, die ihr jetzt gerne sehen wollen würdet, also mehrere Spiele natürlich, wovon ich mir dann schätzungsweise eins aussuchen kann. Und, ähm, ja, das würde ich dann tatsächlich spielen, ich schätze so 40 Minuten oder 60 Minuten am Tag, dann hochladen, aufs Feedback warten und dann eure Kommentare mit einbeziehen, ja. Also, äh, es wäre sehr, sehr schön, wenn jeder von euch so Spiele runterschreiben würde und dann, äh, schauen könnte, was die anderen so geschrieben haben und, ähm, das wäre halt schön, wenn ihr euch da so ein bisschen austauschen könntet, ja. Also, nicht, dass jetzt jemand, was weiß ich, äh, Zelda, Zelda und Zelda schreibt und der andere schreibt Pokémon, Pokémon und Pokémon und dann war es das, dann kommt ihr nie wieder. Es wäre schon schön, wenn ihr vielleicht mehrmals auf das Video klicken könntet, also damit ihr auch halt auf den Kommentarbereich, äh, zugreifen könnt und da vielleicht euch mal ein bisschen austauschen könntet. Denn es soll natürlich gegebenenfalls ein Spiel sein, was, äh, alle, womit alle einverstanden sind, ne. Ich für meinen Teil, äh, hab jetzt auch ein paar Spiele im Kopf, die kann ich jetzt einfach mal nennen, vielleicht ist ja da schon was für euch bei. Also, einerseits, äh, hätte ich Lust auf Zelda, A Link to the Past, das, äh, Past, das liegt halt daran, dass ich gerade Links Awakening, äh, schaue und ich hab da Bock drauf, das wäre quasi auch blind und da gäbe es ein paar Stellen, wo ich vielleicht Hilfe gebrauchen könnte und, äh, das wäre vielleicht was. Des Weiteren, äh, Crash Bash, ja, hab ich ja damals, ähm, versucht auf 200%, würde ich jetzt tatsächlich wieder versuchen. Das wäre eine Sache, die könnte man tatsächlich gut über Livestream machen, weil die eine oder andere Stelle könnte etwas dauern und da verpasst man quasi nicht viel, wenn man dann mal drei Stunden lang Kaffee trinken geht oder so. Ja, ich würde das dann sowieso, ähm, auf YouTube hochladen. Die Sache bei den Livestreams ist halt nur, dass ich nicht rede, wenn keiner da ist. Sprich, solange immer irgendjemand von euch da ist und schreibt, werde ich auch konstant reden und dann lohnt sich das quasi auch, sich das im Nachhinein auf YouTube anzuschauen, ja. Ja, ähm, des Weiteren dachte ich an Pokémon, ja, ich probiere ja schon seit, äh, Ende 2013 Pokémon Silber zu let's planen, ja. Ich hab schon Bock, alle Pokémons durchzuballern, aber ich möchte die der Reihenfolge nach durchballern und hängen halt dementsprechend an Pokémon Silber. Und das würde sich tatsächlich auch anbieten, ja, da könnte man schön, äh, die Kommentare von euch benutzen, ja. Das, äh, beispielsweise fragt dann jemand, jo, keine Ahnung, was, was, was machst du in der letzten Weihnachtswoche oder was hältst du von Weihnachtsfeiern, was hältst du von Silvester und dann gehe ich da in der nächsten Folge darauf ein, während ich auf Pokémon Jagd gehe, ja. Also das wäre auch, äh, eine Möglichkeit, ja. Ich glaube, das waren alle Crash Bash, Link to the Past für den Nintendo und, äh, Pokémon Silber. Ach ja, und Crash Bandicoot 3, ja, weil ich hab, ähm, ich bekomme immer öfter Lust, äh, Crash 1 bis 3 zu Speedrunen. Leider kann ich das halt nicht machen, weil ich den dritten Teil noch nie gespielt habe und ich möchte den ganz, ganz gerne, äh, auf YouTube ganz normal let's playen, bevor ich den dann, äh, immer und immer wieder live streame. Das wäre, sag ich mal, auch eine Sache, weil, hey, das ist ein Jump'n'Run und das, ähm, Jump'n'Runs sind für mich, äh, sind meiner Meinung nach eigentlich für jedermann, weil das ist einsteigerfreundlich, das ist nicht zu kompliziert, das hat nicht zu viel Story, es macht aber Spaß und ist nicht zu lang. Ja, ähm, das sind so meine Ideen, ja, wie gesagt, äh, runterschreiben ist super, aber schaut bitte auch, was die anderen schreiben und dann, wenn jetzt jemand schreibt, jo, ich hatte jetzt Bock auf, was weiß ich, äh, Krog, ja, und dann der andere liest das und hat auch Bock auf Krog, dann, dann schreibt sowas runter von wegen, jo, auf Krog hätte ich auch Lust oder so, ja. Also, das wäre halt jetzt wirklich echt doof, wenn, wenn jeder irgendwie drei Spiele schreiben würde und wir hätten dann, sag ich mal, 15 verschiedene Spiele oder so, das bringt nichts, ja. Also, es ist, es ist jetzt, äh, es ist eine Idee, ja, ich versuche jetzt quasi wieder ein bisschen auf euch zuzukommen, ähm, es, ja, es ist eine Idee, es, es muss nicht passieren, ja, also, wenn wir jetzt nicht irgendwie, sag ich mal, wenn jetzt nicht, nicht mindestens drei Leute, ja, ja, das ist so mein, mein Anliegen, drei Leute sollten auf einen Nenner kommen, ja, wenn wir, wenn drei Leute nicht auf einen Nenner kommen, auf ein Spiel, dann passiert das einfach nicht, ja, dann geht's hier ganz normal weiter mit dem, mit dem Programm, welches ich vor zwei, drei Monaten aufgenommen habe, mit dem Persona Livestream, also, das ist natürlich auch eine Sache, die ihr euch vielleicht anschauen solltet, weil das ist ziemlich heftig und ich rede da auch, wenn jemand schreibt, ansonsten rede ich halt nicht. Also, Persona 3 an sich ist ein schönes Spiel, das Ganze dann halt, wie gesagt, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, irgendwie macht mich das ja schon an, immer vor dem Abgrund des Todes zu hocken, irgendwie schon, ja, ähm, ja, wie gesagt, das ist das nun mal so, es ist jetzt eine Idee, ja, es ist Weihnachten, hey, habt euch alle lieb und so, äh, nein, ernsthaft, ich hab schon Lust, irgendwas weihnachtliches an euch zu bringen, auch wenn, gut, Zelda oder Crash jetzt vielleicht nicht unbedingt weihnachtlich ist, aber ihr wisst, was ich meine, so ein bisschen Liebe, ein bisschen Interaktion, ein bisschen Community-Gefühl, aber im Endeffekt liegt's natürlich an euch, ob ihr das macht oder nicht, ja. Ja, abgesehen davon sieht man jetzt etwas in diesem Video, also falls ihr euch das gerade nur angehört habt, schaut mal kurz ins Video. Dort seht ihr gerade, dass ich auf dem, äh, Kanal Greg, ähm, RPG Heaven bin, ja, ähm, der Gregor, den, ihr kennt den, der eine oder andere von euch kennt den vielleicht, von Rocket Beans. Ähm, ich wollte jetzt quasi indirekt für seinen Kanal Werbung machen, also eigentlich geht's mir eher um die Glocke hier, denn, äh, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass, äh, seit circa einem halben Jahr, äh, so eine Glocke hier ist beim Abonnenten, äh, Balken und, äh, wenn ihr alle meine Videos sehen wollt, müsst ihr auf diese Glocke klicken, so wie ich es jetzt getan habe und hier einen Haken machen. Ich möchte alle Mitteilungen zu diesem Kanal erhalten. Wenn ihr das nicht tut, kann es tatsächlich sein, dass ihr auch nicht alle Videos von mir bekommt, ja, also, das war, früher, früher war das immer so eine Ausrede von den Abonnenten, aber mittlerweile kann es tatsächlich wirklich sein, dass der eine oder andere von mir nicht alle Videos bekommt. Also ich persönlich find's behindert, ja, wenn euch ein Kanal interessiert, äh, solltet ihr auch dementsprechend immer raufschauen, direkt auf dem Kanal und nicht nur über die Abo-Box, aber okay, es gibt viel, viele, viele, äh, Menschen da draußen, die, die faul sind, die ADHS haben, ja, ihr müsst euch da nicht angesprochen fühlen, aber es ist halt so und dementsprechend wollte ich das jetzt schon mal machen, also ich wollte das schon mal vor langer Zeit machen, aber irgendwie ist es nie dazu gekommen. Dementsprechend hab ich das grad hier über diesen Kanal gemacht, ja, und, ähm, ich kann euch diesen Kanal nur empfehlen, ja, also, ich hab ja in letzter Zeit lästere ich, lästere ich ja immer oft über andere Kanäle, aber hey, diesen Kanal kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Der Typ ist einfach, also ich hab mir letztens beispielsweise, hier, ähm, könnt ihr mal raufklicken, gestern war das, da hab ich mir, ähm, bla 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 bla, wo ist es, wo ist es, hier, ne, Moment, wird es mir vielleicht nicht angezeigt, weil ich schon angeklickt habe, wo ist denn dieses Weihnachts-, hier, nehmen wir mal das hier, Gregors Weihnachtsgamingtipps 2016, ja, hab ich mir Teil 1 und 2 angeschaut, und, äh, ich sag euch, Leute, der, der Typ, der Typ ist einfach zu gut für diese Welt, ja, er packt seine eigenen Spiele ein für Weihnachten und packt sie für uns aus, also er, er packt seine eigenen Spiele für uns in Weihnachtspapier und packt sie dann mit, dann mit uns aus, das ist, mir, mir sind da echt teilweise fast die Tränen gekommen, der ist einfach, er ist einfach wirklich zu gut für diese Welt, ja, wirklich, wirklich ein, ein sehr, sehr sympathischer und netter Mensch, und, ähm, mich würde das sehr, sehr freuen, wenn ihr den vielleicht unterstützen würdet, auf der anderen Seite natürlich, wäre das ein bisschen behindert, wenn ihr ihm im Endeffekt mehr Kommentare schreiben würdet als mir, ja, also, er hat auf jeden Fall viel, viel Abonnenten verdient, und wenn ich ein Gronkh wäre, ich würde den in Grund und Boden pushen, ohne Spaß, ich würde erst aufgeben, erst aufhören, wenn der eine Million Abonnenten hat, mindestens, weil das hat er echt verdient, er ist einer, der, momentan ist er wirklich der Einzige, der meiner Ansicht nach, äh, sich wirklich richtig krass Mühe auf YouTube gibt, ja, alleine wenn, wenn wir mal hier reinschauen, hier bei, bei Zelda, wieder, ja, hier, ähm, äh, okay, das Intro ist auch super, das Outro ist auch super, ich hasse ja eigentlich sowas, aber die sind recht sympathisch, und hier, alleine das hier, ja, dass er, äh, dass er quasi, kann ich hier, ich weiß nicht, ob ich Vollbild machen kann, wahrscheinlich nicht, dass er hier, äh, so ein, so ein Spieleautomaten als Hintergrund, dass er das Spiel in den Spieleautomaten integriert hat, das ist, ich finde das einfach so geil, und, ähm, auch hier das mit dem, im Allgemeinen, dass er, dass er hier, äh, erst, erst mal diesen, diesen, ja, hier das hier, das ist das Intro, dass er hier diesen, diesen Rahmen hat, und dann hier teilweise, ähm, er stellt ja hier dieses Spiel vor, dass er, ich mach mal Ton aus, dass er hier teilweise reinzoomt, und, und dann zoomt er hier raus, und es, es kostet alles Arbeit, und das machen heutzutage nicht mehr viele, und, da ich, wie gesagt, äh, in letzter Zeit oft, auch in den Tekken Let's Plays, viele YouTuber gedisst habe, wollte ich hier auch einfach, euch einfach mal zeigen, dass es auch tatsächlich Leute gibt, äh, an denen ich gefallen habe, ja, und, äh, er ist einer von den wenigen, und ich hoffe und bete wirklich, dass das so bleibt, weil ich hatte, in, in den letzten Jahren hatte ich viele, viele YouTuber, die mir gefallen haben, aber die sind halt alle zu Arschlöchern mutiert, und ich hoffe wirklich, dass er wenigstens so bleibt, wie er ist, ja, er, er verstellt sich nicht, er ist, er ist ein ruhiger, sympathischer Mensch, und ich hoffe wirklich, dass er so bleibt, dass er wirklich so, so nett bleibt, wie er ist, ja. Ja, Leute, ähm, das war's, wie gesagt, ich hoffe, ihr macht was draus, ansonsten, wenn nicht, dann ist auch in Ordnung, wie gesagt, es sollten mindestens drei Leute dabei sein, drei Leute, die sich das dann immer anschauen und kommentieren, beziehungsweise die im Livestream dabei sind, falls euch die, wie, äh, die, die Spiele, äh, gefallen haben, die ich namentlich, äh, genannt habe, und ihr selber keine Idee habt, schreibt einfach die runter, ansonsten, wie gesagt, schreibt eure, äh, Sachen runter, und schaut, was andere geschrieben haben, und dann schreibt da nochmal einen Kommentar dementsprechend runter, von wegen, ach ja, Spiel A würde ich auch mir angucken, oder so, ne, also es sollte wirklich etwas sein, was, was so unter zehn Stunden geht, oder gerade zehn Stunden, und, ähm, wo man im besten Fall auch, wie gesagt, wo, wo ihr helfen könnt, beziehungsweise, wo man im besten Fall halt auch Kommentare integrieren kann, also, im besten Fall kein Mega-Rollenspiel, oder so, ja, wo dann 30.000 Zwischensequenzen kommen, das sollte schon etwas, etwas Lockeres sein, oder halt, wie gesagt, so ein, so ein Partyspiel, wie, wie Crash, äh, Bash, oder so, wo man dann wirklich auch mal abschalten kann, und interagieren kann, und so, ja, das ist nun mal so, ja, ich hoffe, dass die Idee ist angekommen, und ihr macht was draus, ansonsten, wie gesagt, kommen ja trotzdem immer noch diese, diese Sachen von vor zwei Monaten, dann kommt hier ab und zu ein LOL-Stream, ab und zu die LOL-Videos von meiner, äh, Ranglisten-Saison, da, der Persona-Livestream, also, im Grunde ist schon genug da, es muss halt nur, äh, euch muss das halt natürlich nur irgendwie, äh, gefallen, ja. Ich kann ja gleich, äh, schon mal sagen, was, was, äh, was morgen kommt, ab morgen kommt Devil May Cry 3 auf dem Schwierigkeitsgrad hart, und, äh, Uncharted 4 Multiplayer, ja, das sind so die Sachen, die jetzt die nächsten, ähm, paar Wochen laufen, ja, also, vielleicht interessiert euch das ja auch, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, see ya!